Hier haben wir unser neues Headset, das HBS 850. Das ist ein Sport-Headset, das ist speziell für Sport konzipiert. Man legt sich das um den Nacken. Ich habe hier ein anderes Modell, was man hier so sieht, das unter dem Kragen. Bietet im Prinzip einen Vorteil aus zwei Welten. Also es ist jetzt nicht so auffällig wie On-Ear-Kopfhörer, die jetzt nicht in jede Umgebung reinpassen, die vielleicht störend wären jetzt mit dem Anzug bei mir, sondern sind hier unscheinbar. Gleichzeitig sind sie immer verfügbar. Das heißt, ich muss jetzt nicht wie bei In-Ears erst in der Tasche kramen, die suchen, einen Kabelsalat, sondern wie hier, ich kann ein Kabel einfach ausziehen, mir das in den Ohren stecken und wenn ich fertig bin mit Telefonieren oder Musik hören, dann kann ich das einfach einziehen hier. So, und ich habe schon gesagt, dass dieses Headset hier im Gegensatz zu dem Modell ist zu sportkonzipiert. Das heißt, Kopfhörer sitzen sehr fest im Ohr, man hat einen angenehmen Klang, sehr satte Bässe und wenn man Sport macht, zum Beispiel im Fitnessstudio, da kennt man es normalerweise, da haben die meisten eigentlich nur In-Ear-Kopfhörer mit Kabel. Das stört ja bei manchen Übungen. Hier hat man es ganz normal im Nacken hängen, ist über Bluetooth mit dem Smartphone verbunden, kann man Musik hören, aber auch telefonieren, wenn man einen dringenden Anruf hat und mal rangehen muss. Wird es in Deutschland ab Oktober geben, für 139 Euro Vp in drei Farben, hier im In-Ear-Orange an den Seiten, hellblau oder hellgrün. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.